So, Dietmar, jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit dir. Ich habe von Götz erfahren, dass es theoretisch möglich sein könnte, also glaubt er zumindest, dass eure beiden Fußballvereine demnächst gegeneinander antreten. Preußen-Münster und der BVB. Auch da war Alkohol im Spiel, oder? Weil diesen Traum weiter sieht. Sehr theoretisch. Naja, klar, sehr theoretisch. Meinst du nicht, dass Preußen-Münster in die zweite Liga aufsteigen kann? Ich würde mir das total wünschen für euch. Dann ist doch alles gut. Dann bereitst du auch in der ersten. Ja, ja, mit diesen Dialogen und Gesprächen lebe ich natürlich seit einigen Wochen und Monaten. Und du sagst, du bist gar kein Fan von BVB? Ich bin kein Fan, ich bin Borusse. Du bist es. Ich bin aufgewachsen, es geht nicht anders, wenn man da, wirst du vielleicht aus Münster, Ostwestfalen auch kennen. Ich bin erst spätberufener Fußballfan. Also ein Fan, dann ist das Wort Fan hier genau richtig angebracht. Ich bin gebürtiger Dortmunder, schwarzer Hals, gelbe Zähne, wie das heißt bei uns. Da kommst du dann auch nicht raus. Und das ist in der Nachbarstadt, die verbotene Stadt, den Namen wir nicht in den Mund nehmen. Oh. Und wir nur unter Herne West. Herne West, ja genau. Bitte, was war das? Ob die mit G anfängt. In Elsenkirchen hört sie auf, ja. Ah, okay. Und das ist Herne West und wir sind Lüdenscheid Nord. Das sind freundliche Neckereien. Das ist, glaube ich, mit Hamburg und Bremen ähnlich. Ähnlich, ja. Das sind dann, die dazugehören. Aber sich jetzt natürlich jetzt hier mit solchen wahnwitzigen Ideen auseinandersetzen, wie Preuß, Münster spielt. Fast Großmannssucht, oder? Ja, vielleicht mal ein Abschiedsspiel für Christoph Mitzel da mal irgendwann, der er gespielt hat. Wie oft bist du im Stadion? So oft es geht, so oft es mir gelingt, dafür hat man eine Dauerkarte und tankt da Heimatluft und unterhält sich auf normaler Ebene mit den Leuten, die um einen rum sitzen. Hört auch mal so, was mit dem Tater letzte Woche war. War wieder Scheiße da bei euch, was ist da los? Das mag ich sehr. Aber dieses letzte halbe Jahr hat es nicht so aufgeklappt, weil viel Arbeit da war. Wobei, es heißt ja von dir, dass du sogar die quasi Dreh- und Probenpläne danach schreiben lässt, wann Heimspiele sind. Ja, weil sonst macht die Stiftung der Dauerkarte keinen Sinn. Es ist ja so, dass wenn wir in Köln die Tatorte produzieren, bin ich ja eh in Nordrhein-Westfalen, dann klappt das ganz gut. Champions League ist immer ein bisschen schwierig, weil das sind dann Termine in der Woche. Aber Samstagnachmittags um halb vier im Stadion zu sitzen, hat bis jetzt immer geklappt. Mit dem Theater, ich habe seit ein paar Tagen angefangen zu proben in Bochum, funktioniert das auch. Da sind es ja nur noch 20 Minuten bis zum Stadion. Also es funktioniert, man kann das einrichten. Und im letzten halben Jahr warst du nicht so oft da, hast du gerade gesagt. Ich habe es nicht so oft geschafft, aber ich konnte... Hat es vielleicht daran gelegen? Nein, nein, es ist ja nicht vor einem halben Jahr losgegangen. Ich sah schon für mich das erste Heimspiel gegen Leverkusen als nur ein inneres Omen. Aber ich habe in diesem langen Leben mit Borussia Dortmund schon viele Hochs und Tiefs gesehen. Und wie gesagt, Spieler kommen und Trainer kommen und gehen. Wir werden immer Borussen sein und das Stadion steht da, wo es steht. Und da kommen auch die Leute, wenn vielleicht mal ihr für ein Relegationsspiel mal irgendwann auftauchen solltet. Vielleicht nicht mehr. Nein. Sag mal, wir werden immer Borussen sein. Wie lange werdet ihr denn noch Kloppo sein? Bleibt ihr dem treu? Das waren ja jetzt sieben gute Jahre, ne? Ja, warum soll da nicht mal jetzt ein dunkles halbes Jahr dabei sein? Weil HSV wäre schon längst, ne? Ich sage, alle anderen Vereine... Zehn Trainer wäre da schon längst. Ja, na klar. Und das ist das, was auch viel ausmacht. Und Aki Watzke hat es gesagt, das bestimmt Jürgen Klopp selber. Und ich sehe den Moment nicht, der dann immer kommt bei solchen Situationen, wenn Vereine auf so einem Tabellenplatz stehen. Die Zerrüttung von Mannschaft und Trainer. Heiß geredet von draußen in der Journalie werden wir sowieso. Aber es funktioniert. Graf von Schönburg ist, glaube ich, Bayern München-Fan, ne? Gut, ich bin in München-Harlachin aufgewachsen. Also ich kann nichts dafür. Ich muss mich immer dafür entschuldigen, dass ich Bayern-Fan bin. Völlig in Ordnung. Das hat genetische Gründe. Aber ich bin tatsächlich aufgewachsen in München-Harlachin, ganz in der Nähe für der Säbener Straße. Und wenn man dann in den Wald ging, hat man dann die Spieler auch dort joggen oder wie das damals hieß, laufen sehen. Aus dem Trimm-Dicht-Fan. Aus dem Trimm-Dicht-Fan, genau. Und dann kam das irgendwann, 1990 war irgendwie so eine Zäsur. Es kam das Privatfernsehen, es kam die Italien-Novanta, die Weltmeisterschaft. Und plötzlich hat das so eine Dynamik angenommen und die wurden dann hinter Gittern und dann öffentliches Training war da nicht mehr. Aber früher konnte man wirklich hingehen und hat dann Lothar Matthäus wirklich vor dir spielen sehen. Und zwar wir am Bolzplatz und es standen da drei Rentner rum. Und einer von der Münchner Abendzeitung. Das ist ein Autogramm, wenn man wollte. Wir haben das jetzt auch vorne erzählt. Das ist 1990, hat das gekippt und seitdem ist es ein riesiges Wummel. Mitte der 90er, auf einmal kam diese Fußball-Eventkultur. Ich kann mich auch daran erinnern, in den 80er Jahren stand man an der Westkurve, Block E beim HSV. Und da stand man so mit 80 Leuten oder so, die standen alle verteilt herum. Und man konnte sich das Spiel angucken und danach kam man die Keils in einem Autogramm gegeben. Und dann kam irgendwie diese Eventkultur, dass es teuer wurde und groß wurde. Also in München ist es so, dass die Säbener Straße mittlerweile ist nach Neuschwanstein, der Haupt-Tourismus-Punkt in Bayern. Also da fahren wirklich Busse, und zwar egal, ob die Trainingsbetrieb haben oder nicht. Die fahren da hin, pilgern dorthin, Busse aus Münster und aus allen anderen Ländern. Das glaube ich nicht. Okay, para bon, para bon. Aber was ist mit den 60ern? Wo bleiben in so einer Stadt dann noch die 60er über irgendwo? Die muss es doch noch geben, oder? Also die 60er sind ganz, ganz wichtig für die Münchner Identität. Das sind ja, was man auch nicht weiß, das sind beide im gleichen Stadtbezirk. Also man glaubt immer, 60 ist ja der große Arbeiterklub. Die sind auch in Halaching. Also das ist auch ein sehr gut bürgerlich. Also die 60 und München sind vier Minuten zu Fuß voneinander entfernt, die Trainingsgelände. Das eine ist natürlich Hightech und sehr modern. Das andere, früher war es andersrum. Früher war 60 der große Verein in München. Und Bayern waren die paar Benüsten. Heute ist es halt andersrum. Aber ist nicht interessant, wie man jetzt über das Thema Fußball, Thema Smalltalk, sofort ins Gespräch kommt, oder? Also ein paar Männer zusammen und dann geht das sofort. Und da man jetzt so als sogenannter Prominenter, ist es halt so, sobald, egal wo du reinkommst... Dietmar, was mir noch interessiert, Herr Bär, was mir noch interessiert, wo schauen sich die Spieler an? Auf der Haupttribüne oder in der Kurve? Nein, ich sitze auf der Haupttribüne. Bei uns heißen ja, werden wir liebevoll Sitzplatzkanacken genannt, von der Süd. Weil da wird ja gestanden, auch wenn das bestuhlt wird da für die internationalen Spiele. Und war das immer so, immer Haupttribüne? Nein, ich habe auch noch als junger Mann auf der Süd gestanden natürlich. Finden Sie nicht, dass man von hinterm Tor das Spiel viel besser sehen kann, als von der Mittellinie sozusagen? Ich finde es im Moment da, wo ich jetzt sitze, so besser. Aber das ist so ein anderes... Ich wundere mich immer, wie das da geht, wenn du auf Augenhöhe mit dem Trainer bist. Da ist das ein ganz anderer Blickwinkel. So hast du das von oben. Was aber ganz wichtig ist, wenn du mit Leuten unterhältst, die abends eine Sportstudio oder Sportschau gesehen haben und sehen eine Zusammenfassung von Spielen, wo ich dann selber bei diesen Zusammenfassungen Spiele sehe, die ich habe selber besucht. Aber die Kamerazusammenführung bringt dir ein völlig anderes Bild. Aber wenn du im Stadion warst, hast du das ganze Spiel gesehen. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Was schade ist im Stadion, es gibt keine Wiederholung. Also man kann nicht zurückspulen. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man in dem Moment dabei ist. Aber peinlich ist es, wenn man aufgrund der besseren Kameraeinstellung nicht gesehen hat, dass es zum Beispiel ein Abseits war. Mein Mann, Bayern-Fan auch, stand schon mal ganz alleine im HSV-Block und reckte die Arme nach oben und schrie Tor. Aber es war ein Abseits. Das war nicht so schön für ihn danach, kann ich sagen. Auch so in der Pause war es nicht so schön in der Halbzeitpause. Aber warum hat er sich da auch hingestellt? Ja, weil Bayern-Fans, die haben so ein gewisses Selbstbewusstsein. Die stehen dann da. Und es ist ihm wirklich, glaube ich, erst so 20 Minuten danach aufgefallen, dass das einfach keine gute Idee war. Es hat ihn ein bisschen Demut gelehrt. Das war auch ganz gut. Also ich war im Volksbeistand auch schon mal im Bayern-Block. Ich habe gesehen, das stimmt nicht, Judith. Er war bester Laune. Geht so. Aber wir sind auf jeden Fall froh, Dietmar, dass du trotz dieser großen Leidenschaft für den Fußball zwischendurch noch Zeit findest, Tatort zu machen. Ja, das ist ja noch fest angetaktet. Denn der 60. Tatort ist es, glaube ich, jetzt? Ich glaube, es ist sogar der 62. Also der jetzt ausgestrahlt. Es gibt ja auch die Ausstrahlungszahl, dann gibt es natürlich die, die wir schon im Regal liegen haben, also die vorproduzierten. Ich glaube, es ist Nummer 62. 20 Folgen mehr, als Manfred Krug sie gedreht hat. Aber in einer anderen Zeit. Und wir haben damals, als wir anfingen, da hatten wir noch nicht unseren kleinen, großen Bruder aus Münster. Wir haben am Anfang vier bis fünf Filme im Jahr gemacht, in den Ende der 90er. Da kommt ja was zusammen. Einmal ganz kurz, Judith, das müssen wir, glaube ich, wir beide erklären, weil ganz viele Fragen, wo sind Manfred Krug und Uschi Brüning, die mussten weg. Die haben wir nicht verbannt, sondern die mussten weg und es war trotzdem großartig, dass sie da waren. Ach, die mochten uns nicht. Nee, das würde ich nicht so verallgemeinern. Ich hätte mich gefreut, ihr hättet gejammt danach zum Ende, alle zusammen. Ja, das wäre auch schön. Das wäre großgefunden, ja. Aber warum ist der Tatort für dich ein goldener Arbeitsplatz, so hast du ihn mal bezeichnet, trotz Münsteraner Tatort, trotz der großen Konkurrenz? Das ist keine Konkurrenz. Das ist einfach in dem großen Tatort-Haus eine andere Familie, die völlig andere Filme dreht, die sehr polarisieren, die Münsteraner. Aber wir Münsteraner würden uns wünschen, wenn man ab und zu eine Szene sähe, die in Münster gedreht worden ist. Oh Gott. Im Prinzip wird das Ding in Köln gedreht. Und die sogenannten Vororte, die zwar realen Namen tragen, zeigen dann aber irgendwelche Kraftwerke, die es vielleicht im Bergischen Land gibt oder sowas. Aber ich kann den Geheimnis verraten. Ich habe als Schauspielschule einen Schimansky-Tatort gemacht. Der wurde halb in Duisburg und halb auf der Bavaria gedreht. Also das ist nicht neu erfunden worden. Und da haben wir es damals mit Köln gut gehabt, weil Köln ist so unverwechselbar, dass Köln, der Tatort wird in Köln gedreht. Punkt. Und die Produktion sitzt vor der Haustür. Wo habt ihr, Freddy Tanzt, den neuen Tatort gedreht? Unter anderem auch in einer Düsseldorfer Disco. Jetzt kann ich es da noch sagen. Aber das siehst du ja nicht. Du siehst ja Innenräume nicht. Außenräume ist was anderes. Also euren Prinzipalmarkt will man sehen. Aber sobald es in Wohnungen geht, das kann man in Köln, Dortmund oder in... So beim Studio theoretisch. Im Studio theoretisch. Ja, natürlich. Ja, verständlich. Also wir schauen jetzt mal rein in den neuen Tatort. Freddy Tanzt. Und zwar ist es eine Szene, wo du mit Ball auf, also Schenk und Ball auf klingeln bei einem Ehepaar, die mögliche Zeugen eines Verbrechens sein könnten. Gucken wir mal rein. Hallo? Guten Abend. Was macht sie denn für Lärm hier am Abend? Das waren wir gar nicht. Das war ihr Nachbar. Wir sind von der Kripo in Köln. Schenk mein Arme. Mein Kollege Ball auf. Sie brauchen nicht so zu schreien. Ich bin nicht taug. Schrei doch gar nicht. Natürlich schreien Sie. Vielleicht sollten Sie das Hörgerät einen Ticken leiser stellen. Was haben Sie gesagt? Wir kommen wegen der Anzeige vor elf Tagen. Jetzt schreit er. Da kommen Sie doch rein. Bitte. Bitte Schuhe ausziehen und alle Türen schließen. Ja? Ja, ja, ja. Das sind die Herren von der Polizei. Wegen unserer Anzeige. Ja, es kommt kein Mensch. Aber dann, wenn wir essen, kommen gleich zwei riesige Kerle. Dauert nicht lange. Wir haben nur ein paar Fragen. Ja, bitte setzen Sie sich doch. Sie können doch hier nicht stehen. Sie nehmen uns ja die Luft. Ja, hier gibt's was ganz Feines. Das war jetzt eine sehr humorvolle Szene, finde ich. Aber es ist ein sehr ernstes Thema in dem Tatort. Und es geht um Zivilcourage. Wenn ich es versuche, kurz zusammenzufassen, oder wenn ich das kurz darf. Es geht um einen Obdachlosen, der zu Tode kommt, der zusammengeschlagen wird und blutverschmiert durch die Nachbarschaft irrt, um Hilfe zu erhalten. Und keiner hilft ihm. Und deswegen stirbt er am Ende auch. Also man hätte ihn noch retten können. Ist das für dich ein Thema, was jetzt auch nach Paris ein ganz aktuelles ist? Ich weiß nicht, ob das Wort Zivilcourage, ich hab das schon vor kurzem mal Journalisten gesagt, ich halte das für ein zeitloses Wort. Das hat natürlich im Moment ganz extreme, arge, aktuelle Hintergründe. Aber Zivilcourage war immer und ist immer wichtig. Und ich hab immer einen heilen Respekt vor Leuten, die in solchen Situationen dann gut handeln. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. In so einem Moment. Auf der U-Bahn, U-Bahnhof, zwischen Leuten zu gehen oder jetzt dieser tolle junge Mann in diesem Pariser Supermarkt. Supermarkt, wer die Gaseln in der Kühlkammer verstärkt hat. Ja, das ist einfach eine irre Geschichte. Da kann man sich gar kein Drehbuch zu ausdenken, das zu machen, wenn man oben irgendwelche Wahnsinnigen toben mit Waffen. Aber ich halte, Zivilcourage ist zeitlos. Sie wird immer wichtig sein und immer wichtig bleiben, dass es das gibt, dass Leute sich einsetzen. Hat also der Tatort auch so etwas wie eine erzieherische Funktion in diesem Land, dass sozusagen Werte da vermittelt werden? Oder hat das eine Funktion? Nein, so hoch will ich es nicht hängen. Aber ich sehe immer Tatorte wie eine Sozial- und Kulturgeschichte. Also wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, sind jetzt 45 Jahre, Tatort 1, Taxi nach Leipzig war 1970. Und wenn man in so 80er oder 70er Filme reinschauen kann, wie sah man aus? Was hat man für Geschichten zu erzählen? Wie wurden Filme technisch gedreht? Manche hältst du gar nicht mehr aus, weil es so lange vor MTV-Ära, also Telefonate in manchen Tatorten, die gehen über 10 Minuten. Rauchen. Rauchen ist ein Thema, dann was für Autos. Ich habe neulich einen Fritz-Lang-Film gesehen, da wurde jeder, es gab keine Szene, wo nicht 5 Leute alle eine Zigarette in der Hand halten. Und zwar den ganzen Film, den ganzen Fritz-Lang-Film, nur rauchen die ganze Zeit. Gerade bei den Ausschütten von Manfred Krug ja auch, da waren ja auch einige Szenen, es ist fast ungewohnt mittlerweile geworden. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was wir jetzt nur anschneiden konnten, denn wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Mehr dazu am 1. Februar. Am 1. Februar, 20.15 Uhr. In der ARD, im 1. 20.15 Uhr. Vielleicht darf ich dann Vorprogramm sein mit der Tagesschau. Ich hoffe es sehr. Ich würde mich freuen. Dankeschön, dass du bei uns gewesen bist. Gerne. Dankeschön, dass Sie alle da sind. Danke euch. Danke. Danke. Sie merken doch fast von uns beiden für heute Abend. Jennifer ist leider vorbei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 27. Februar. Genau, und jetzt hört Ihnen das Nacht und da bleibt es tatortig, denn dort ist Oliver Momsen zu Gast und Bülent Ceylan. Es geht also auch um Comedy. Viel Spaß dabei. Ciao und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön.